Kannst du bitte ein Pizza-Restaurant in dein Auto machen? Ja, Isi, für dich habe ich es gemacht. Das ist unser neuer Pink-Pizza-Automat. Und wir schauen mal, was der drauf hat. So, ich habe ihn jetzt schon mal angeschlossen für dich. Seht ihr das Feuer da hinten? Der Ofen ist damit verbunden und da kommt jetzt eine schöne Pizza raus. Die Steinofen-Pizza ist jetzt ready. Isi 1703, das ist deine Pizza.